Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Amnesia. Ja, letztes Mal waren wir ja hier links und jetzt gehen wir mal da nach rechts, aber nicht ohne Kiste. Und Öl haben wir auch nicht mehr. Beste Voraussetzung. Hallo? Laudato! Oh, diese Physik, man. Diese Physik. Bam. Okay, das wir tun was zum Untouchen. Und was zum Unterwechse. Und was zum Lesen. Boya, Tons, we're from the other side. I trusted him with my true reason for my efforts and still he insists on me releasing Agrippa. Also, könnt ihr wieder lesen? Ach, meine Augen. Ach, Gottes Willen, ey. Es ist 1 Uhr morgens, ehrlich. Was soll das denn immer mit dem Licht? Oh, wir haben jetzt mal den Kroa. Kroa? Bitch, Kroa? Oh, das sieht sehr einladend aus, ja. Definitiv. Okay. Schraubentier. Pidu. Wow, lol. Das ist ein verfickt harter und scharfer Spitze Schraubentier. Wow. Los, los. Ich werde ihn nicht zurückbekommen, denke ich. Aha. Du blöder Schraubentier. Warte mal, geht das wir dem haben auch? Nein. Schön wär's. Wow. Wow, was ist das? Was ist das? Der Ruder Schraubentier ist schade. Das Schraubentier ist schärf. Und einen schr� auf mich auch zurückbekommen. ich will nicht töten aber ich muss glaube ich Oh mein Gott. What the fuck? Okay. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the all? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Okay. Ah, we could not get out of here. But I honestly don't know if I want to get out of here. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Okay. What? Okay. 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 Haha. Was geht? Na? Bisschen am rumhängen. Cooles Tattoo. Haha. Okay. Dann gehen wir mal in die Main Hall rein. Mal gucken, was in der Main Hall so vor sich geht. Wie? Ja. Sehr schön. Okay. Hier erinnere ich mich auch noch. Ja, an was ich mich für sich wieder alles erinnere. Fürchterlich. Das sind meine Intention, Daniel. Salvation. Es war dein. Aber jetzt hast du nur die Revenger. Wie hast du deine Violin? Ist das für größere Worte? Ist das für die Welt ein Service? Nein. Es ist dir, der hat all diese Schmerzen und Tod. Wenn du dein Feind erzielt hast und es umgebracht hast, wenn du es erst herausgefunden hast, würde das nichts passieren. Es ist die Überraschung mit deinem Selbstmacht, die uns beide kümmern. Okay. Das ist die Iron Maiden. Woah. Fuck. No. Zum Glück habe ich den gerade verpasst, ey. Okay. Okay. The forger stood absolutely still. The casket had been closed, but a faint light made this way inside. A myriad of spikes pointed at him, glittering as they waited for his body to slip just for a moment. His knee jerked and he felt blood trickle down his leg. In pain his head fell slightly forward. It took him a while to realize his eye had ruptured and began to leak. Okay. Ah. Ah. Das muss jetzt aber nicht sein, ne? Ah, der Knochen. Yeah. I see me rolling. Ein, eh, 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 eh. Ja, Hauptstück. Ein Pith of Orb! Jetzt kommen wir jetzt ja klar. Oh. Auf der anderen Seite war es keins, ne? Hier war auch nix. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für diesen Raum. und jetzt mal behaupten dann gehe ich jetzt da lang wo ich irgendwas finde na von da komme ich ah ne Brücke nice 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 so überqueren die Sache NOOOOO NO NO verpiss dich die auf der Kirchen laufen sie es ist gut für mich sieben Dingen gibt es auch was hier mache ich uns noch die 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 von der Brass-Bull, als er was forced to enter it. Only when the heat-fired began to scratch his skin and cook his flesh, he did realize it was to be his tomb. His screams of pain echoed inside the brass chamber and traveled through the complex instrument which was the Bull's head. Outside, the man could hear the praise of Bull below. Okay. Only this a little bit from things. A little bit from things. No. Okay, not yet. Ah, wait a minute. A piece of orb. That take on piece. A piece of orb. Okay. Okay, what have we? Zick. Oh God. Häusenglent. Okay. Oh, ich komme hier doch rüber, oder? Oder nicht? Hä? Schaffe ich das? Kann man das? Hm. Hinterbox? Das kann man bestimmt irgendwie... Ja, genau so. Und... Oh, nein. Nein, 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 nein. Warte, Mann. Lass mich bloß in der Ruhe hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alter, ich habe witzig... You can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. Aber sie werden sterben. Zu schnell, meine ich. Nein, keine Angst. Das menschliche Körper ist viel mehr resilient. Sie können für Tage überleben, bis sie endlich zurückkommen. Jetzt aber ganz ohne Mist, ich habe noch 57 Zunderwüchsen. Ähm, habe ich in dem ganzen Spiel irgendwie keine benutzt, oder so? Okay. Also, wir haben jetzt, denke ich, jetzt mal alle Orp-Dinger-Gedönse-Zeug. Hm. Wo? Wo, 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 wo? Na, wo denn? Wo denn? Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Okay. Oh, fuck! Okay. Oh, fuck! Oh, fuck! Hey, die Scheiße. Okay. Ich soll mich also verstecken und warten. Kann ich hier auch einfach wieder zurückklettern? Wow, 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 wow. Mein lieber Freund, du bleibst jetzt schön chillig, ey. Okay. Nope, 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 er hat mich nicht gesehen, 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 er hat mich nicht gesehen. Ich denke mal, niemand hat was dagegen, wenn ich jetzt einfach renne. Auf Wiedersehen. Ciao, Alter. Ja. Ja, lecker. Wunderschön. Okay. Okay. Ganz ausgezeichnet. Okay, wir laufen jetzt noch kurz mit Agrippe, würde ich es mal sagen, ne? Ein kleines Gespräch mit Agrippe. Okay. Okay, das ging jetzt komplikationsloser, als ich es erwartet hatte. Nerv. Something died inside of him that day. Watching that man slip away was more than his mind was willing to handle. Okay. Kann passieren. Oh, da war ich schon drin, ne? Ja. Ja, war ich schon. Jetzt aufhören zu wackeln, ich sehe sowieso krumm oder was. Agrippa, hallo. Hallo. Ich bin so, wie es aufhören. Ja, ich bin ganz wichtig. Ja, das war ein bisschen. Ich bin ganz wichtig. Ich bin sehr wichtig. Bitte, find die Ingräten, die die Pazitonik beschrieben hat, und so machen, bevor du das alles sammeln kannst. Die Barrier, die dich aus dem Innerstanktum, wird nur für einen kurzen Zeit verbreitet. Obwohl alles alles beobachtet wird, bevor du das alles sammeln kannst, wirst du nicht mehr zu retten. Okay. So wie es aussieht, haben wir dieses Dingster-Bunkster gefunden. Ähm... Und wir haben... Genial, wir haben das... Diese Kombination funktioniert nicht. Okay, diese Kombination funktioniert nicht. Okay, scheiße. Also wir haben zumindest etwas, ja? Aber ich kann nicht genau sagen, was... Die Frage ist bloß, wie komme ich da rein? Aufzuheulen. Wie komme ich da lang? Wie komme ich da lang? Die Frage, die die Menschheit beschäftigt, wie komme ich da verdammt nochmal lang? Ähm... Was habe ich noch? Thea... Kann ich das und das kombinieren oder so? Ähm... Oder... Ja, genau. Das wäre es gewesen. Wie kommen wir... Wir könnten ja... Oups... Wir könnten ja erstmal lesen, was wir überhaupt gefunden haben. Maschine Wires 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 taunts me from the other side I trusted him with my true reason for efforts Blah 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 Fungi should work for others if I can find the intention against a large specimen which seems to be fertile grounds for the sword I should be able to extract its contents of the proper tools Ehm 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 Schön, dass man mir trotzdem nicht sagt wie ich in diese scheiß Dicks hier reinkomme, ne? Danke Ich find das echt nett Hä? Ehm 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 Aber wie mach ich das? Ich habe keinen Plan. Und bevor ich wieder 87.000 Jahre lang durch die Gegend glaube und wieder keinen Plan habe würde ich erstmal sagen, ich beende die Aufnahme und laufe erstmal alleine bis hin durch die Gegend. Also Leute haut rein! Man sieht sich immer zwei mal!